Hallo liebe Skorpione und willkommen bei Chanoir Taro. Ich möchte gerne heute Karten für euch legen und zwar ist es eine kurze Legung für eine Woche vom 6. bis zum 12. Mai 2024. Es geht um die 19. Kalenderwoche. Da schaue ich gerne von Montag bis Sonntag, was sich da für euch zeigt. Ich lege rasch aus und dann legen wir los. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Liebe Skorpione, bevor ich loslege, ihr wisst Bescheid, es ist eine allgemeine Legung, kann und wird nicht auf jeden Einzelnen exakt so zutreffen. Auch die Energien der einzelnen Tage kann so ein bisschen ineinander verschwimmen. Ja, die Grundenergie ist hier der Wagen. Es geht sehr stark darum, dass du etwas entscheidest. Wie geht es nun weiter? Möchtest du einen gewissen Weg weiterverfolgen, nachdem du jetzt weitere Informationen bekommst? Geht es vorwärts? Wie geht es vorwärts? Wann? Mit wem? Ja, mit dem Wagen geht es um Fortschritt. Es geht um Weiterentwicklung. Es geht um Fortbewegung, Weitergehen. Ja, wie geht es weiter? Du wirst Informationen in dieser Woche erhalten. Und es startet hier schon am Montag mit dem Gericht und mit der Gerechtigkeit. Es ist möglich, dass hier wichtige Informationen am Montag bei dir eintreffen. Vielleicht hast du Briefe im Briefkasten, E-Mails, irgendwas Wichtiges. Eine wichtige Entscheidung wird hier verkündet. Es sind zwei große Arcanas. Es ist möglich, dass am Montag die Entscheidung gefällt wird. Von anderer Seite, es dir aber etwas später mitgeteilt wird. Ja, wenn das vielleicht auf Postwegen geschieht, dass hier ein Brief rausgeschickt wird, der erst einige Tage später bei dir ankommt. Das heißt, du musst im Außen das am Montag noch nicht erkennen. Ja, aber es passiert trotzdem. Ja, eine große Entscheidung wird hier gefällt. Ja, eine große Verkündung steht hier an. Hier könnte es auch um rechtliches Gerichtsverfahren, Vertragliches gehen. Sehr, sehr wichtig. Ja, am Dienstag. Die Liebenden und Ass der Münzen. Möglich, dass du schon am Dienstag diese Entscheidung erhältst. Ja, die umgesetzt wird, sichtbar wird, weil hier zeigt sich auch das Ass der Münzen. Eine große Entscheidung, wie es weitergeht. Ein Angebot, etwas Vertragliches. Etwas hast du hier in der Hand, womit du arbeiten kannst. Es ist wertvoll. Es ist von Langfristigkeit und auch Aufrichtigkeit geprägt. Es ist ehrlich. Da ist nichts Faules dran. Du kannst hier ruhig Ja sagen. Ja, wenn es hier was Wichtiges am Dienstag gibt, wo du entscheiden musst, das Angebot liegt hier sehr gut. Könnte hier auch Möbelkauf sein, was weiß ich, Arbeitsvertrag, irgendetwas. Aber das, was hier liegt, liegt hier sehr gut. Ja, solltest du wissen. Am Mittwoch Ass der Schwerter und Acht der Schwerter. Hier könnte eine Nachricht reinkommen, die dich überrascht, ja, wo du erstmal nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Es ist auch möglich, dass du hier etwas aufschiebst, schon länger mit Acht der Schwerter. Dass du hier aufschiebst, etwas mitzuteilen, etwas zu entscheiden, etwas zu tun. Du bist hier hier relativ unsicher und du ringst hier um Klarheit, ja. Irgendwas in dir sagt, will ich das wirklich, will ich das nicht. Du hast hier so diffuse Wahrnehmungen, ja, die aber sehr stark vom Kopf kommen. Also du machst dir hier sehr viele Gedanken über etwas. Du willst hier nichts falsch machen. Und, ja, du ringst hier nach Klarheit. Aber ob du die nun bekommst am Mittwoch, wenn es von dir ausgeht, weiß ich nicht, ja. Von außen kann hier definitiv irgendwas kommen. Irgendwas Wichtiges ist hier für dich präsent. Ja, vielleicht kommt hier auch eine wichtige Nachricht, die dich hier sozusagen erlöst, die hier diese Schnüre durchschneidet, wo du dich gefangen fühlst. Am Donnerstag, aus der Stäbe und zwei der Stäbe, da guckst du dir was Neues an. Du startest hier was Neues. Ja, hier beginnt etwas. Du guckst dir hier etwas an. Sagen wir mal, du guckst dir hier eine neue Wohnung an, ja, weil du auf Wohnungssuche bist. Du hast hier Schwierigkeiten zu entscheiden, ob das zu dir passt, ob du das langfristig weiterverfolgen möchtest, ja. Hier stellst du dir auch mit zwei der Stäben die Frage, wenn ich das jetzt hier mache, wenn ich hier Kraft investiere, ja, dann kann ich davon länger zehren, kann ich davon, also kann ich das langfristig ausbauen, weil du müsstest hier nicht in etwas Energie reinstecken, was irgendwann abgebrochen wird, ja. Weil wir haben hier bei diesem Ast der Stäbe, das sieht so ein bisschen chaotisch aus, ja. Das Buch fliegt hier und der Stab fliegt hier, ist sowas wie ein, ja, als ob hier ein Buch verbrannt wird, ja. Hier ist ja ein Lagerfeuer und hier ist allerhand, was sozusagen ins Feuer fliegen könnte. Du willst hier nichts haben, nichts eingehen, wo du sagst, dann muss ich das abbrechen, weil das nicht funktioniert, weil das nicht passt. Das ist hier bei dir das Risiko und deine Befürchtung. Deswegen glaube ich nicht, dass du hier schon am Donnerstag entscheiden tust. Am Freitag die Welt und der Gehengte. Du verstehst, dass du nichts erzwingen kannst, ja, dass du momentan loslassen solltest, dass momentan nicht der Zeitpunkt ist, etwas zu erzwingen. Du sagst, ich muss mir hier etwas länger anschauen und vielleicht zum späteren Zeitpunkt darauf zurückkommen. Jetzt im Moment lasse ich es los, weil ich momentan da kein Potenzial sehe. Du willst dich frei fühlen hier mit der Welt. Es ist etwas, was du machen könntest, ja, okay, du könntest es machen, aber du musst es nicht machen. Und du sagst, okay, wenn ich das einfach jetzt momentan ruhen lasse und nichts erzwinge, fühle ich mich viel freier damit. Ja, weil hier ist auch das Bedürfnis, dass du dich frei fühlst. Du willst irgendwas loslassen. Ja, am Samstag die Königin der Stäbe und Zehende Münzen. Du bist hier im Rampenlicht. Du bist hier in der Öffentlichkeit. Du bist hier unter Menschen, definitiv. Du verfolgst hier eine Veranstaltung, irgendwas Öffentliches. Ja, du bist hier auf jeden Fall mit anderen Menschen unterwegs und als Königin der Stäbe wirst du gesehen. Du bist irgendwie sehr feurig, sehr leidenschaftlich. Möglich auch, dass du dich an diesem Tag sehr auffällig kleidest. Ja, du hast Lust darauf, knallige Farben anzuziehen oder mal irgendetwas Gewagtes. Du traust dich was, ja. Du traust dich in deiner Kleidung, in deiner Optik, ja. Vielleicht machst du dir die Haare schön. Oder es ist dein Auftreten, wie du auf andere Leute zugehst, weil die Königin der Stäbe, die ist auch offen, die kommuniziert, die ist frech, ja, die kokettiert. Ja, du bist hier innerhalb einer bestimmten Gruppe sehr offen und gehst auf die anderen zu. Ja, am Sonntag haben wir den Magier und sieben der Schwerter. Hm, Manipulation am Sonntag, ja. Entweder hast du hier auf etwas keine Lust und redest dich heraus. Du redest dir etwas schön. Vielleicht will jemand etwas von dir und du versuchst hier elegant aus dem Ganzen dich rauszuziehen, ohne dem anderen das Gefühl zu geben, dass du hier etwas ablehnst oder dass du jemanden im Regen stehen lässt, ja. Vielleicht bietest du hier Alternativen an, die dem anderen sozusagen schmackhaft gemacht werden sollen, weil du hier auf etwas keine Lust hast, ja. Es ist auch möglich, dass hier jemand anderes mit dem Magier und mit sieben der Schwertern versucht, dich hier zu etwas zu überreden, dich hier auszutricksen. Jemand versucht, dich um den Finger zu wickeln, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Ja, das war's für diese Woche. Liebe Skorpione, ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg, ciao.